Ja hallo, ich bin hier in Casa Familia in einem Hotel Lando Ostsee. Hab ein paar Shakurachis mitgebracht, die ich gerne in dem schönen Wetter filmen wollte. Aber es sieht draußen nicht aus wie schönes Wetter. Und da möchte ich jetzt die Shakurachis nicht hier im Regen filmen. Also gut, hier diese schöne Shakurachis mit Wurzelende. Man siehe und staune, ein ganz tolles Teil, ein ganz tolles Instrument. Ich habe sie echt mehrfach behandelt. Und zwar ursprünglich ist es ein weißes Holz, ein weißes Bambusrohr mit dem Wurzelende, was schon abgesägt werden muss und geschliffen werden muss. Und da kommt dann auch diese dicke Holzwand unten, die dazu führt, dass es schön gewichtet ist. Und dann tue ich das ganz leicht beizen, wieder mit Sandpapier beizen, Sandpapier. Mein Gott, das habe ich sechs, sieben Mal gemacht. Und dann kommt es so, ja diese schöne Maßsaugung raus. Und von innen ist es dann geschliffen und ganz leicht geputzt, gereinigt. Und dann mit Shellac mehrfach behandelt und von außen auch mehrfach mit Shellac behandelt. Ja, und jetzt möchte ich mal diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Und dann kommt es so, ja diese Chakot schon mal vorspielen. Ja, ohne ekelige Verschnörkelung Hier im Hotelzimmer, ich hoffe, man kann es auch gut hören Und die Chakohashi findet ihr natürlich auf www.chakohashi-shop.de Besten Dank